ich begrüße dich ganz herzlich hier auf dem youtube-kanal der ams firmengruppe zu unserem video das wir am 23.06.2024 hochladen letzte woche habe ich mal wieder als bieter nach längerer zeit an einer zwangsversteigerung teilgenommen und bin während des verfahrens in diskussion mit einem mitbieter und dem bankvertreter gekommen die beide behauptet haben man hätte als ersteher von wohnraum im zwangsversteigerungsverfahren in jedem fall ein sonderkündigungsrecht um wohnraum mit verhältnisse problemlos ohne weitere begründung zu kündigen insofern sei die in dem fall unbekannte vermietungssituation der wohnungen kein problem und weil ich diese aussage in den letzten 22 jahren im rahmen von zwangsversteigerungen immer wieder gehört habe kam mir dann nach dem termin die idee ein video zu diesem thema zu machen damit du wenn dich mal ein zwangsversteigerungsobjekt interessiert ganz genau weißt ob du das mietverhältnis übernehmen musst oder ein sonderkündigungsrecht hast dazu werde ich mir sicherlich noch an der einen oder anderen stelle einen kleinen tipp oder hinweis zu zwangsversteigerungsverfahren generell nicht verkneifen können möchte das video aber auch nicht zu lang machen wenn dich das thema zwangsversteigerung generell interessiert dann schreibt das doch gern mal in die kommentare so dass ich weiß ob dazu weitere videos hier auf dem kanal gewünscht sind das sehe ich übrigens dann auch an der anzahl der likes und wenn du zukünftig ein video zum beispiel über das thema zwangsversteigerung nicht verpassen willst dann abonniere jetzt gern unseren kanal und aktiviere die glocke zwangsversteigerungen weht ja immer so ein mythos man würde in jedem fall ein schnäppchen machen wenn jemand sagt er hätte eine immobilie im weg der zwangsversteigerung erworben assoziieren die meisten sofort dass man das objekt sehr günstig gekauft haben muss aber das ist natürlich längst nicht immer so um zum beispiel den gutachterpreis richtig einordnen zu können brauchst du schon eine gewisse marktkenntnis dazu kommen noch andere risiken oft kannst du zum beispiel das objekt im vorfeld nicht besichtigen manchmal war auch der gutachter nicht drin im objekt so dass du nicht weißt was dich erwartet das war übrigens bei den wohnungs bei dem wohnungspaket für das ich hier geboten habe auch so teilweise ist die miethöhe bei versteigerung objekten nicht ganz klar manchmal liegen die mietverträge nicht vor so dass die vertragsdetails nicht bekannt sind dieses risiko ist natürlich wesentlich geringer wenn das objekt unter zwangsverwaltung steht und du musst bei versteigerungen zu einem bestimmten zeitpunkt den das gericht am ende der versteigerung festlegt zahlen egal ob dir rechtzeitig alle objekt unterlagen für die bank vorliegen oder der gutachter der bank die wohnung besichtigen konnte oder nicht du hast keinen bzw kaum einfluss auf den zahlungstermin der meist schon auf acht bis zehn wochen nach dem versteigerungstermin festgelegt wird das ist dann auch ein wichtiger tipp von mir sprich mit dem rechtspfleger und dem betreibenden gläubiger am ende des termins wenn es dann um den verteilungstermin geht und äußere den wunsch dass du den zahlungstermin gern erst in drei oder dreieinhalb monaten haben möchtest wenn deine finanzierung zum beispiel noch nicht zu 100 prozent bearbeitet wurde oder wenn du nicht komplett aus eigenkapital zahlst was meist nicht so schlau ist bei vermietungen oft geht der rechtspfleger auf diesen wunsch ein und das verschafft dir etwas zeit objekt unterlagen zu beschaffen kontakt mit dem mieter aufzunehmen und die finanzierung letztlich zu besorgen dass wir nicht mehr so oft bei zwangsversteigerungen sind hat mehrere gründe zum einen ist ganz simpel die zahl der versteigerungen im vergleich zu den jahren zum beispiel 2002 bis 2010 drastisch zurückgegangen und damit auch die auswahl an objekten ein weiterer grund ist dass oft eher problematische objekte um es mal vorsichtig zu beschreiben in die zwangsversteigerungen kommen die anderen attraktiveren immobilien werden vorher am freien markt verkauft das war im prinzip vor 20 jahren auch so aber aufgrund der insgesamt höheren anzahl an versteigerungen gab es damals doch mehr vernünftige objekte bei denen eben ein verkauf anders nicht ging als durch zwangsversteigerungen weil ein eigentümer nicht mitgewirkt hat oder ähnliches wenn dann mal eine vernünftige immobilie versteigert wird ist das interesse und die zahl der mitbieter aktuell so hoch dass die preise im bieterwettbewerb im termin regelmäßig aus unserer sicht zu hoch getrieben werden nicht selten über den vom gutachter ermittelnden verkehrswert so war es auch hier wir haben den zuschlag letzte woche dann auch nicht bekommen weil ich von privatkäufern weit überboten wurde ich hoffe dass die käuferin die letztlich den zuschlag erhalten hat mit den objekten klarkommt dass sie die probleme managen kann und es für sie kein geld grab wird aber das nur nebenbei ein weiterer aspekt warum wir seit vielen jahren nichts mehr über eine zwangsversteigerung erworben haben ist dass bei der art von objekten die wir hier bei der ams firmengruppe suchen von den standorten her der objektqualität und der größenordnung es nur sehr selten zu zwangsversteigerungen kommt zum beispiel dann wenn sich die eigentümer anders nicht einigen können im regelfall werden die meisten dieser objekte die unserem suchprofil entsprechen off market verkauft insofern bin ich anders als noch zu anfang der 2000er nicht mehr sehr häufig bei zwangsversteigerungen aber in diesem fall in der letzten woche und da kommen wir zu einem weiteren tipp von mir hatten wir uns mit dem gesamtobjekt in dem die wohnungen sind schon etliche monate vorher wegen eines anderen kaufangebots intensiv beschäftigt du siehst wenn ich mal über zwangsversteigerungen anfange dann kommt automatisch der ein oder andere gedanke mein tipp ist versuche so viele informationen wie möglich im vorfeld der versteigerung heraus zu bekommen um dann im termin einen informationsvorsprung zu haben gerade bei verkäufen durch zwangsversteigerungen musst du oft unkonventionelle wege gehen um an infos zu kommen weil meist nicht alle unterlagen etc vorliegen in diesem fall waren das mietverhältnis und der zustand der wohnungen unbekannt wir haben einen unserer mitarbeiter der sowieso öfter in der gegend ist gebeten sich im haus mal umzuhören der ist dann zu verschiedenen tages und nachtzeiten und abends vorbeigegangen und hat dort geklingelt mit bewohnern des hauses gesprochen und so weiter bei dieser versteigerung hat uns wesentlich geholfen dass uns über das gebäude schon sehr viele informationen vorlagen weil wir vor über einem jahr schon mal den ankauf eines wohnungspakets aus dem komplex geprüft hatten und uns mit allen aspekten auseinander gesetzt haben zum beispiel den bauschäden weil in dem objekt gefühlt seit bau in den 80er nichts saniert wurde stichworte feuchtigkeit balkone feuchtigkeit tiefgarage und so weiter fenster müssen in kürze ausgetauscht werden grund für diesen sanierungsstau ist unter anderem dass die aktuellen eigentümer ordentliche kaufpreise seinerzeit bezahlt haben die wohnungen sind vor ungefähr zehn jahren über einen vertrieb an anleger verkauft worden aber die mieten noch der sozialbindung unterliegen damit sehr niedrig sind was uns zum nächsten thema führt herleitung der kostenmiete im sozialen wohnungsbau und der besonderheit in diesem fall dass die miete nicht gesteigert werden kann weil zu anfang formale fehler gemacht wurden das nur als beispiele welche infos in diesem fall interessant waren die uns aber vorlagen weil das objekt so problematisch ist haben außer uns auch nur drei andere interessenten mitgeboten was die immobilie wiederum attraktiv machte war die gute lage die wohnungsgrößen und der eventuell mögliche moderate preis im rahmen der versteigerung aber das war eben auch der punkt nur mit einem moderaten preis ließen sich auch die risiken abfangen und das objekt organisieren daher machte ich meine mitbieter auf das risiko aufmerksam das komplett unbekannt war ob und an wen und zu welchen konditionen die dachgeschosswohnungen vermietet waren und wie der zustand ist stichwort feuchtigkeit in den wohnungen durch ein defektes dach da keine zwangsverwaltung bestand hätte der eigentümer auch selbst noch vermieten können unter umständen mit sehr ungünstigen klauseln für einen eigentümer aber das ist jetzt ein anderes thema und in dem zusammenhang wurde dann von einem mitbieter und auch den bankenvertreter behauptet es bestünde sowieso in jedem fall auch bei wohnraum ein sonderkündigungsrecht nach § 57a zwangsversteigerungsgesetz kurz zvg genannt um das mietverhältnis aufzulösen und die wohnung neu dann natürlich auch höher zu vermieten im gesetz steht wörtlich der erste ja ist berechtigt das miet- oder pachtverhältnis unter einhaltung der gesetzlichen frist zu kündigen die kündigung ist ausgeschlossen wenn sie nicht für den ersten termin erfolgt für den sie zulässig ist die bedingung ist also laut gesetz dass dieses sonderkündigungsrecht nur dann greift wenn der erste ja den mieter zum ersten zulässigen termin nach zuschlag kündigt der erste zulässige termin berechnet sich anhand der gesetzlichen kündigungsfristen nach der wirksamkeit des zuschlags denn mit zuschlag durch den rechtspfleger wird der ersteher das ist hier ganz wichtig bereits eigentümer auch wenn sie oder er noch nicht im grundbuch eingetragen ist wenn man nur diesen paragrafen 57a zvg liest könnte man wirklich zu der ansicht kommen dass in jedem fall ein pauschales sonderkündigungsrecht besteht als nicht jurist und laie fragt man sich dann wo bleibt denn in diesem fall der mieterschutz was kann ein mieter dafür dass die von ihm gemietete wohnung versteigert wird vielleicht lebt sie oder er schon 40 jahre in der wohnung kann es wirklich sein dass im mieterfreundlichen deutschland solche regeln gelten der bundesgerichtshof hat zu dieser frage in bezug auf wohnraum schon 1982 ein grundsatz urteil gefällt das ist das aktenzeichen römisch 8 arz also allgemeines register in zivilsachen 16 schrägstrich 81 so hat der bgh geurteilt dass der ersteher sein außerordentliches kündigungsrecht nach § 57a zvg nur ausüben kann wenn er oder sie ein berechtigtes interesse an der beendigung des mietverhältnisses nach § 573 bgb hat und dies auch in seinem kündigungsschreiben begründet und was sind berechtigte interessen gemäß § 573 bgb in absatz 2 ist unter anderem genannt dass eigenbedarf angemeldet wird und der ersteher also die wohnung für sich oder seine angehörigen benötigt diese einordnung des bghs mittlerweile auch gesetzlich verankert und ergibt sich aus § 573 d absatz 1 bgb dort steht kann ein mietverhältnis außerordentlich mit der gesetzlichen frist gekündigt werden so gelten mit ausnahme der kündigung gegenüber erben des mieters die § 573 und 573 a entsprechend das bedeutet kündigung nur bei berechtigtem adresse wie eben geschildert fazit unser rechtsgefühl als laien täuscht uns nicht wenn du eine vermietete wohnung durch zwangsversteigerung erwirbst musst du die regeln des kündigungsschutzes ebenso einhalten wie jeder andere vermieter insbesondere musst du als eigentümer dein berechtigtes interesse an der beendigung des mietverhältnisses gemäß § 573 bgb nachweisen und der mieter hat auch das recht der kündigung zu widersprechen wenn zum beispiel ein härtefall vorliegt gehe also bei der kalkulation eines zwangsversteigerung objekts nicht davon aus dass du den mieter einfach kündigen kannst um dann neu zu einem höheren preis zu vermieten sowie der mitbieter den ich wie vorhin berichtet getroffen habe jetzt stellt sich natürlich die frage in welchen fällen ist denn dieser paragraf 57 a des zwangsversteigerungsgesetzes überhaupt relevant ich habe dazu einen interessanten fall gefunden der auch vom bgh zu beurteilen war ich will den fall aus zeitgründen hier nicht groß ausbreiten wer interesse hat kann das urteil mit begründung vom 15 9 2021 gerne selbst nachlesen im wohnraum mietvertrag war jedenfalls folgende vereinbarung festgehalten eine eigenbedarfskündigung durch den vermieter ist ausgeschlossen die wohnung wurde versteigert und der erste hat unter berufung auf das sonderkündigungsrecht nach zwangsversteigerung eine kündigung wegen eigenbedarf ausgesprochen weil die wohnung für den volljährigen sohn benötigt wurde die mieter haben sich dagegen gewehrt unter anderem mit der begründung im mietvertrag mit dem voreigentümer sei genau das die eigenbedarfskündigung ausgeschlossen worden aber der bundesgerichtshof hat dem ersteher recht gegeben dass hier das sonderkündigungsrecht nach § 57a zvg greift das heißt solche im mietvertrag vereinbarten kündigungsausschlüsse werden durch die sonderkündigungsmöglichkeit nach einer zwangsversteigerung durchbrochen die vorzeitige kündigung unter den genannten voraussetzungen berechtigtes interesse und so weiter sind dem ersteher möglich und solche sondervereinbarungen sind gar nicht so selten manchmal werden kündigungen durch den vermieter nicht nur unbefristet sondern auch nur befristet für zb zehn jahre ausgeschlossen der mieter möchte sicherheit und ruhe haben auch wenn erben zb das objekt übernehmen und der vermieter hat kein problem damit weil er oder sie sowieso nicht einziehen will im fall einer zwangsversteigerung greift so eine vereinbarung dann leider aus sicht des mieters nicht aber ihm stehen natürlich alle anderen gesetzlichen kündigungsschutzvorschriften zu das ist ein anwendungsbeispiel bei wohnraum noch ein kurzes wort zu gewerbemietverträgen wobei das bei uns bei der ams firmengruppe hier nur ein randthema ist soweit ich recherchiert habe aber das ist ohne gewähr wir sind ja keine anwaltskanzleien übernehmen natürlich auch keine gewährleistung für unsere kostenlosen inhalte kann dieses sonderkündigungsrecht bei gewerbemietverträgen auch bei längeren laufzeiten grundsätzlich angewendet werden wobei die gesetzliche kündigungsfrist bei gewerbemietverträgen sechs monate beträgt wie vorhin schon gesagt schreibt mir doch gern mal in die kommentare ob dich weitere videos zum thema zwangsversteigerungen interessieren und welche fragen du zu dem thema hast und wenn du erfahrungen mit der übernahme von mietverhältnissen nach zwangsversteigerung hast weil du selbst wohnraum ersteigert hast dann teile das auch gern in den kommentarbereich deine erfahrungen helfen auf jeden fall anderen weiter ich bedanke mich bei dir fürs zuschauen und zuhören wünsche dir alles gute vor allem gesundheit und wir sehen uns im nächsten video dein heiko kleschewski